Und wenn wir genau überlegen, dann stehen wir eigentlich auch heute hier, weil wir uns eigentlich der Liebe verschrieben haben. Dass wir sagen, der Liebe ist das oberste Gebot für alles im Leben, was mit Menschen und mit Menschsein und mit dem sozialen Miteinander zu tun hat. Wir sind Menschen, die sich lieben. Und das tut uns allen gut. Was soll daran das Problem sein? Hände halten macht uns Mut. Ja, wir sehen diese Liebe. Und das heilt all unsere Sorgen. Nein, das schadet wirklich niemand. Sag ihnen, dass es Zeit ist für kleine Friedenstauben. Sag ihnen, dass hier und jetzt eine neue Welt beginnt. Dass unser Herz sich öffnet, wo alles isoliert ist. Dass wir uns frei von Zwang dann wiedersehen. Im Sommerwind mit Körpern, die vibrieren. Die Blätter musizieren. Die Blätter musizieren. Dann. ribbens. Untertitelung des ZDF, 2020